Jawohl, das ist das. Und was soll er denn machen? Wenn das Volk sagt, jawohl, wir wählen demokratisch eine Diktatur, dann ist das demokratische Ding. Eine Diktatur. Was soll er denn machen? Und der Erdart-Ding, das ist ein ganz normaler, so ein lieber Opa. Du musst immer in den Kopf vom anderen rein und rausgucken. Der kann auch bloß. Und ein bisschen Diktatur, das war schon immer. Du musst eine leichte Kontrolle schatten. Oder Todesstrafe, manchmal bloß. Aber du musst dich voll im Dicht halten und im Zaun und im Schacht. Sonst ist... Aber das Ding selber, der Erdi, der gefällt mir. Der zieht's durch da. Einwandfrei. Absolut. Vielen Dank.